Sie kriegen gleich drei Minuten Redezeit, dafür machen Sie kein Gebrüll, okay? Wollen wir brüllen oder reden? Okay, dann haben Sie drei Minuten Redezeit, kommen Sie mit. Los, komm! Wir bleiben mit. Was? Nee, komm. Also, wir sind in Demokratie, hier werden Argumente ausgetauscht, hier wird nicht gebrüllt. Also, drei Minuten Redezeit, wer will? Mensch, das kann doch nicht sein. Ihr kommt jetzt zum Demonstrieren und keiner will das nicht vorhaben.